tutor ihr habt auf Nahrungsbeschaffung? Ja, of course. Würde ich sagen? Ja, because we have no Nahrung anymore. Und Operation Versuchen nicht zu sterben. Ja, of course. So, I run Mr. Philipp hinterher. So. Äh, die Bisons sind wieder, äh, ranzig. Mhm. Dabei habe ich es eigentlich ausgestellt. Gar keine Ahnung. Das halte ich jetzt mal für einen Bug. Oh. So, Bäume können wir leider nicht essen. Wäre aber gut. Ja. Aber fällen müssen wir so. Aber ich habe nämlich im letzten Part gesehen, als ich ihn gerendert habe, dass wir, äh, kein Holz mehr haben. Und ich sehe auch gerade, dass wir kein Holz haben. Okay, ich kriege Schaden, scheiße. Ich muss das was essen. Das ist not so gut. Da oben ist ein Bär im Busch, glaube ich. Aber ich habe auch kaum noch. Ja, hier sind zwei. Vorne und dahin. Oh, ein Grab, Mama. Wo ist meine Schaubel? Da. Nein, dein Geist. Schade. Warum kann man keine Nahrung in diesen Gräbern finden? Was soll das? Ja, das ist ein Fack. Gut, äh, lass uns mal auf den Stein, auf dem Steinweg hier weitergehen. Karotte? Du musst die Karotte da oben noch holen. Oder hast du dir die genommen? Nee. Nee, dann ist die weg. Mal? Egal. Alter, ich bin gleich verhungert. Du meinst, du wirst gleich verhungert? Ja. Hier sind Schweine, aber die können wir ja nicht töten, weil wir zu wenig Leben haben. Ich habe noch 75. Vielleicht haben die hier ja so ein Feld oder irgendwas mit Karotten, das wäre perfekt. Ja. Oh, krass, Alter, hier, Alter, was steht denn hier? Oh, bitte, nein, schade. W-what the fuck? Was ist, Alter, es ist Winter. Ja, ich muss sagen, wir sind am Arsch, ne? Aber richtig hart. Ja. Hast du da irgendwas reingelegt? Nee. Nein. Nein. Nein, jetzt habe ich das gedeckt. Ah, scheiße. Ich habe hier eine Wintermütze in der, äh, in der Kiste, falls du sie brauchst. Ja. Warte. Kannst du Feuer machen, bitte sag ja. Ja. Ich werde dich jetzt gleich verhungern. Ja. Ich weiß nicht. Hier, eine Karotte Oh, Mann, ey Oh, shit Spinnen Noch mehr Spinnen Lass mich bloß in Ruhe Einschlag und ich bin tot Oh, das nutzt doch Gott, ne? Ich hab auch gar nichts mehr zu essen jetzt, überhaupt nichts Oh, so eine Scheiße Naja, ich bekomm auch gleich wieder Schaden Gehirn verliere ich auch Tja, Leute, ich würd sagen, das ist wahrscheinlich die letzte Folge Für diese Runde Ach, Mann Du hast dir schon so'n Stab gebaut? Ne, der war hier in der Kiste Wir haben noch verrottetes Fleisch Äh, ne, dann sterbe ich auch über die Dauer, weil das bringt ja Schaden Ja Oder wenn man das brät auch, oder? Ich denk mal Ja, ich glaub auch Fangen, ey, ich glaub auch Also nächstes Mal müssen wir echt, äh Erstmal für mehr Nahrung sorgen Ich würd sagen, am Anfang auch mehr erkunden und, äh, so einen kleinen Vorrat aufbauen Siehst du grad auf der Map, äh, auch hier so'n, solche Steine oder was das ist? Ich glaub das ist ein Altar, wenn wir sterben Das ist ein Altar, ja, darfst du euch Das ist ein Altar, ja, darfst du euch Das ist ein Altar, ja, darfst du euch Vielleicht liegt da was zu essen? Nö Ich glaub aber nicht, dass, dass wir die Nacht machen, oder nee Also ich nicht, glaub ich Nein, warum, ach, ist ein Mistvieh Kriegt man keinen Fleisch raus? Nee, das ist weggeflogen So Ich hab's geschlagen, aber ein Schlag hat scheinbar nicht ausgereicht Jetzt findest du wieder alle Sachen an? Ja Okay, jetzt verreck ich 17, 15 Ich lauf schon mal zu dem Altar, dann hab ich's nicht so weit Wo ist denn der jetzt? Oh, bin schon vorbei Boah, hier rennen grad voll viele Spinnen am Lager vorbei Nee, das ist der Schweinekönig, glaub ich Achso Oh, was ist denn? Ja, ich denke mal Das war's Ja Da ist ne Spinne Ein Magen ist bloß noch ne Schnur Ich verfolg dich jetzt einfach mal Du kannst ja meine Sachen looten, wenn du magst War das so was zu essen? Nö B rein Oh, pass auf, da kommt ein Pinguiner Na, du bist ja schon weiter unten Ich bin gleich tot Ich bin gleich tot Jau Na ja Ähm Fährt mal im Winter Nahrung, Alter Hier ist ein Bärenbosch Hier ist ein Bärenbosch Ich weiß gar nicht, ob du die roten Ob du die roten Pilze auch essen kannst Nur gebraten Ja, jetzt laufen wir ja quasi im Kreis, oder? Ja Wurde die Map aktualisiert? Also, Schatz, die alten Gebiete kann ich gar nicht mehr sehen Doch, ich schon Okay Wurde die Map dann eigentlich behalten, oder? Ja, nicht so Wir sind nicht Ich kann auch eigentlich ne neue nehmen Ja, okay Vielleicht haben wir ja mehr Spawn-Glück Ja Hier ist ein Ähm Penis? Ein Anus Und Brun hat sich darüber aufgeregt, dass wir Seinen Anus betitelt haben Echt? Ja Willst du da durch? Ja, jetzt wirst du mit Anritt attacken, ne? Ja, mit ner Waffe Oder auch nicht Cool Ja Das bräuchte gerade ein Feuer, wa? Ja Wurde sowieso gar nicht dunkel Ja Nein Oh, fuck, fail Nein Oh, da hast du ihn gemacht Nein Ja, ich bin, äh Oh, geil Der Vogel entkommt jetzt Ist egal, hier ist nochmal genau derselbe Vogel auf der anderen Seite auch Zweimal sogar Kannst du auch durch den Baum noch? Leider nein Oh Da geht ein Schlachtrichting kurz Ja, genau, da kommt bloß eine Feder raus, Alter, fick dich Kann ich mich zu dir porten vielleicht irgendwie? Na, ich bin nötig, komm jetzt nochmal durch Irgendwie wird mein Spieler immer schwarz-weißer Ich hab keinen Oh, scheiß Baumbau What? Äh, ich bin Tot? Was ist? Ja, die Halos töten mich Lol Ja, okay, ich würd sagen, äh Das war's Ja Tag 15 Guck dir mal meinen weiblichen Skit Na, guck dir mal meinen Geist an, der hat einen Schnurrbart Ja, can you beat that? Ja, homofucker Jut Jo, ich würd sagen Bis Zum nächsten Versuch Zu überleben Vielleicht nächstes Mal ein bisschen länger Ja Na, auf jeden Fall länger, ne? Ja Okay Und tschüss Dann sehen wir uns, bis Jut Tschüss Tschüss Tschüss